hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen fünf minuten app challenge wir wollen eine app erstellen die dann auch auf meinem endgerät zur verfügung steht mobil und das innerhalb der nächsten fünf minuten also lasst uns keine zeit verlieren und direkt starten zuerst sind wir im sap unterwegs wir müssen in die se24 wo wir unsere backend klasse unseren aber web service anlegen ich lege eine neue klasse an und lege diese als lokales objekt ab könnte sie natürlich auch ganz normal meinen transporten hinzufügen zuallererst muss ich das neptun interface deklarieren jede abklasse muss dieses interface implementieren die wir benutzen wollen und dann möchte ich aus der s flight heraus meine daten auslesen also brauche ich eine datenstruktur it flights eine interne tabelle mit der ich die daten an die app übertragen kann als nächstes lege ich eine methode an get flights mit der ich dann gleich unsere daten selektieren ganz simpel select von der s flight tabelle in unsere public datenstruktur it flights so als letzten schritt in der aber klasse müssen wir noch unsere händel on ajax methode implementieren über steuern wir welche methodik aufgerufen werden soll wir lesen einen importing parameter die ajax id aus wenn die app also eine bestimmte ajax id meldet in unserem fall get flights dann wollen wir unsere private methode get flights entsprechend ausführen das war es auch schon im back end für unsere klasse jetzt wechseln wir in den neptun app designer und wollen die fiori app unser frontend anlegen ich lege eine neue fiori app an vom typ applikation auch als lokales objekt in meinem transportwesen die in den editier modus und als erstes lege ich fest welches meine korrespondierende aber back end klasse sein soll nämlich die gerade angelegte zcl vielleicht genau da ist schon und dann geht es direkt los im sap file framework suche ich aus dem bereich sub m layout mein shell element dann geht es weiter mit dem eigentlichen root element dem sub m ab objekt und in dieses ab objekt kann ich ja meine ersten views meine erste sub m page in ein droppen der geben wir einen titel über das title property und dann brauchen wir ein tabellen objekt wir wollen ja unsere flüge unsere flights anzeigen ich binde dieses table objekt an unsere public struktur die flights und vergebe die ajax id get flights damit unsere abklasse weiß was sie tun soll und lege fest dass dieser request immer beim initialen laden der applikation also beim start ausgeführt werden sollen jetzt lege ich noch meine spalten fest die in der neptun fiori app zur anzeige kommen sollen für meine tabellen struktur und da kann ich das ganze aktivieren und mein frontend meine neptun fiori app ist ready und testbar wir sehen die daten unsere flüge vielleicht kommen direkt aus dem sap geladen so jetzt mich im neptun application management unterwegs und lege eine kachel für meine fleiß applikation an ich vergebe einen namen ich vergeben ein icon für die kachel kann sie noch einer launchpad gruppe hinzufügen wir nehmen mal webinar und dann kann ich das layer oder so dass wir auf der kachel zur anzeige bekommen neben dem icon weitere texte my flights und als subheader nehmen wir mal fünf minuten hier in unserer demo hi everyone als futter ich bekomme die forscher wie das ganze gleich aussehen wird und das wichtigste natürlich muss eine action für meine kachel definieren nämlich dass unsere app flight starten soll wenn wir die kachel im launchpad anklicken wunderbar das ganze speichern wir und dann legen wir ein neues mobiles launchpad an im neptun application management das launchpad nenne ich 5 minutes speichere es kann dann aus meiner liste aller launchpads danach suchen und weitere einstellungen vornehmen die wichtigste einstellung ist soll eine mobile app sein ein mobiles launchpad dafür nehme ich einige standardeinstellungen vor stelle sicher dass der richtige back end server angefunkt wird und ich stelle unser pin code feature inklusive touch id ein und muss für ios auch noch eine app id festlegen damit das ganze gleich mobil nutzbar ist und dann füge ich diesem neu erstellten launchpad kacheln hinzu hier meine flight kachel die wir so eben angelegt haben das ganze gespeichert ganz im browser direkt testen das ist das pin code feature von neptun software und schon sehe ich mein neues launchpad mit einer kachel und jetzt möchte ich das ganze mobilisieren ich gebe das ganze frei für den neptun client publisher das ganze kann hier eine domäne angeben alle nutzer die darauf zugreifen können sollen ich gebe mal meine gesamte firmen domäne an speichern und jetzt kann ich per qr code aus meiner mobile app heraus oder auch per e mail mich für dieses mobile launchpad unter ios android oder windows 10 onboarden dazu connecte ich mich jetzt hier mal mit meinem iphone das ist jetzt ein screen mirroring was ihr seht ich öffne den neptun client sage login und scanne jetzt live den qr code den wir auf meinem desktop bildschirm sehen mit meiner iphone kamera es gern hat geklappt er hat das launchpad erkannt und ich kann mich jetzt ganz normal per sap username und passwort in diesem launchpad einloggen dann vergebe ich einen vierstelligen pin code für die app auf meinem smartphone kann die touch id registrieren meinen fingerprint und jetzt bin ich in der lage mich gegen die app zu authentifizieren mit meinem finger und wir sehen sofort wird mir auch mobil auf meinem iphone meine my flights applikation zur anzeige gebracht und sie lädt daten direkt von dem sap system das war es auch schon vielen dank fürs zuschauen fünf minuten die app ist auf meinem iphone ready ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal happy coding